Der 96-Online-Adventskalender. So, erst mal andere Mutti. Und los geht's! 24 Tage, 24 Videos, 22 Spieler und Verantwortliche. Jan, Valmio, Jörg, Manuel, José, Gregorio, Ron, Lars, Eddie, Jehon, Stefan, Maurice, Edward, Christian, Leonardo, Markus, Marcel, Leon, Robert, Tim, Arthur, Florian, Marcelo, Christian. Drei große Drehtermine und natürlich die zwölf Kids. Younes, Elisa, Luis, Charlaton, Marlene, Fridjof, Lucy, Sami, Benni, Björn, Ole, Leonard. Das war der 96-Online-Adventskalender 2014. Jeden Tag gab es tolle Preise, wie zum Beispiel einige Matchworm-Trikots unserer Jungs, die Rückrundendauerkarte oder auch eine exklusive Massage bei Ralle Blume, unserem Kult-Physio, zu gewinnen. Während der Dreharbeiten, die im Pressekonferenzraum stattfanden, wurde natürlich auch viel gelacht. Aber schaut selbst! Auf dem Schiedsrichter muss man immer... Alles will. Man kann es als Bus-Ticket und als Bahn-Ticket benutzen. Das ist schlimm. Das ist wirklich nicht schlimm. Ich kann nicht drauf. Komm. Laut Regelwell... Oh man, welche Ecke ist hier lang? Ich kriegst du hier in den Kult. Sag mal. Schick schon, schock. Niemals. Komm. Schick, schick, schick. In Kirchen gibt es ein riesiger Tannenbaum. Gegen den Verein aus der Stadt haben wir zweimal 2 zu 1 gewonnen. Ne, haben wir gar nicht. Wir haben hier zu Hause 2 zu 1 gewonnen und da 1 zu 1 gespielt. Das ist die heißeste Stadt in Hannover. Ich meinte in Europa. Was könnte das sein? Was ist das? Leonardo. Wie kann ich sagen, Leonardo? Leonardo. Was kann ich mal sehen? Leonardo. Ja. Wie, dann? Leonardo. Dann, Leonardo. Ich sage mir, Leonardo. Ja, aber du bist Weihnachten. Okay. Es ist Röhm. Die Camps finden an... Jetzt will ich den Kaffee draus machen. Die Camps finden an unterschiedlichen Orten in der Region Hannover stand. 54, 74, 90. 54? Kein, das wird spürt. Ja, wir waren es noch nicht. 74? 54. 3,90. Also, Deutschland war es dreimal. Viermal. Ach so. Insgesamt war der 96 Online Adventskalender 2014 ein voller Erfolg. Und auch in die Sportschau hat er es geschafft. Der 90 Online Adventskalender. Heute mit... Benni. Ron. Björn. Und... Robert. Welcher Begriff wird hier erklärt? Er sitzt jedes Spiel auf der Bank. Und nach dem Spiel gibt er extrem viele Interviews. Er ist schuld, wenn wir verlieren. Er wird nie eingewechselt und er wird auch nie ausgewechselt. Ein Wirbelsturm ist nach unserem benannt. Sie werden nach einem Spiel von ihm ausgeschimpft, von ihm... Wenn sie verloren haben. Das ist gut. Was könnte das sein? Ja, Dingsda-Profis werden es erkannt haben. Der gesuchte Begriff war natürlich Trainer. Einen herzlichen Dank senden wir auch an euch alle. Denn ohne eure zahlreichen Einsendungen der Lösungsworte und Spenden für die Aktion Kindertraum wäre der 96 Online Adventskalender nicht so eine schöne Aktion geworden. Danke fürs Mitmachen und nicht vergessen. Es rühmt.